Ich bin Chen Chen und ich studiere in München VWL und Sinologie an der LMU. An Transformation gestalten finde ich die Idee sehr interessant, Nachhaltigkeit hipper zu gestalten, Lebensstile zu verändern und das habe ich halt gehofft in dem Projektteam umsetzen zu können. Ich bin Maria, ich studiere an der Universität Stuttgart Philosophie und Englisch auf Lehramt. Ich interessiere mich dafür, was Menschen antreibt, was sie motiviert und möchte diese Fragen mit vielen verschiedenen Leuten diskutieren. Ich bin Felix, ich studiere Architektur an der Kunstakademie in Stuttgart. Ich finde es interessant, mit Leuten aus verschiedenen Disziplinen zu arbeiten, an einem großen Thema und das liegt mir auch vom Studium einfach sehr nahe. Das Studienprogramm der Heinrich-Böll-Stiftung Transformation gestalten bietet 24 engagierten Stipendiatinnen und Stipendiaten aus acht begabten Förderungswerken ein zweijähriges Qualifizierungsprogramm in Berlin an. Als Nachwuchskräfte mit unterschiedlichen Studien-Schwerpunkten lernen sie Probleme zu lösen, personelle Vielfalt als Chance zu begreifen und Transformationsprozesse kreativ und lösungsorientiert zu gestalten. Transformation gestalten, Wirtschafts- und Finanzkrise, Klimawandel, Krise des globalen Ökosystems, Ressourcenknappheit, Verschlechterung der Lebensbedingungen vieler Menschen – wie schaffen wir den grundlegenden Strukturwandel hin zu einer nachhaltigen und umweltverträglichen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung im globalen Maßstab? Es sind die Jungen, die die Welt neu erfinden müssen, ob über Wissenschaft und Forschung, weil wir eine Vielzahl neuer Erfindungen brauchen werden, sowohl technologische wie soziale Innovationen in der Industrie, weil dort die entscheidenden Veränderungen passieren müssen, in der Art und Weise, wie wir heute produzieren, welche Technologien wir einsetzen, in der Politik, Politik muss die Rahmenbedingungen setzen für Unternehmen und für Konsumenten. Transformation ist sehr stark politikgetrieben oder in den Medien und im Bildungssystem, weil es eben um Aufklärung und Information geht. Die Stipendiaten und Stipendiatinnen des Studienprogramms Transformation gestalten, hospitieren in Unternehmen und Organisationen und führen gemeinsame Projekte durch. Was ich sehr beeindruckend finde, das liegt aber natürlich auch einfach in der Größe des Prinzessin Gärten. Man hat das Gefühl, alle Leute kommen. Also ich stehe gerade selber an dem Punkt, wo man sich fragt, wie schafft man es, dass es genau dazu wird und nicht sozusagen man dann im Freundeskreis bleibt. Eines der vier Projekte wird betreut von der Landschaftsplanerin Dr. Aranka Portora. Die Gardening-Projekte und die Fab Labs sind häufig Initiativen, die sich auf Stadtteile oder lokale Regionen beziehen und dadurch bietet es eine gute Möglichkeit, tatsächlich Transformationen von unten zu leben. Die Stipendiaten und Stipendiatinnen entwickeln Möglichkeiten, wie Menschen an diesen Projekten teilnehmen können, die vielleicht ein Interesse daran hätten. Im Juni diskutieren die Studierenden ihre Arbeitsergebnisse auf dem Seminar Gesellschaftliche Transformation in Berlin. Was ich total spannend fand, war in so einem interdisziplinären Team zu arbeiten. Also ich würde sagen, das hilft mir dabei jetzt einfach, wenn ich an so Lösungen für gesellschaftliche Probleme rangehe, einfach in einem größeren Maßstab zu denken. Kreatives Chaos wirklich, also dass man sich darauf einlässt, dass es halt sechs Leute sind mit ganz unterschiedlichen Ideen, Hintergründen, neue Dinge zuzulassen. Das nehme ich auf jeden Fall mit. – Als war bei dem Anybody! Sieg. Die New senators, die ich robe outaguerte michلةinacke, schneider mir einfach und beiniget keeping midwife, wenn lidrophe nicht so ö var. Das ist направ Ende. Choamuraene bis hin und Kindheit. Das entspäispurte mich und kein Afell stolmann friends. Booth aproveit Xbox. Besonders schmerz Bett ini, bangehen. Das ist dritter, Pablo weiße甚麼.